ARD Text im Auftrag von Funk Yo Leute, herzlich willkommen bei Call of Duty Advanced Warfare. Es war doch nicht die CPU, an der es gelegen hat. Mitchell, mach das Tor auf! Na ja, es war doch nicht die CPU an der es gelegen hat. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ich kann es echt nicht sagen. Kann auch sein, dass einfach nur die CPU zu warm war. Kann einfach nur sein, dass die CPU zu warm war. Wie ihr seht, ruckelt jetzt gar nicht, ich habe die Grafikeinstellung hoch, kann ich euch grad zeigen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Hier, extra sogar, extra hoch sogar. Nur wenn ich das Super Sampling hier anschalte, dann fängt es an zu ruckeln. Und ähm... Mitchell, mach das Tor auf! Naja, dann mach ich jetzt mal das Tor auf. Ich bin froh, dass es jetzt geht. Der wird uns mal so zwei Minuten weiter gespielt. Nicht feuern! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas, PMC, Rettungseinheit. Transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los! Mir nach! Atlas! Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Jep! Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land ziehen, nicht meinem alten. Schluss jetzt. Nach vorn bewegt sich was. Jetzt bin ich ein bisschen aus Verfassung, dass es irgendwie funktioniert. Nach vorn wächst. Nach vorn. Nach vorn – just. Kein 같은데. Fahr, geh raus. Aufwanden. Dann istICE. 急ge対 chemicals. Bullshit! Wie soll ich denn da hinkommen? Die hauen jetzt erstmal alle ab. Oh, es war einer von mir, Alter. So, gehen wir erst mal in Decken hier. Was? Was? Halt er halt rein. Wir müssen wieder rein. Sprengteam 1, bitte komm. Wir müssen weiter. Da, da, da! Oh, es ist ja immer dauernd, dass die Munition dann verstorben geht. Au, Mann. Ich rede mit dem Stimmergang nachladen. Das ist einfach so ein Reflex. Um. Ah. Es ist einfach so ein Ding. Oh. Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. Hier ist der Havocwerfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben! Scheiße. Sie sind tot. Okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hole die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaffe das. Okay. Mitchell, du gehst mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los! Oh-orderenausrüstung. Jetzt sind wir gestorben. Wie sind die denn da? 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 Ich konnte einfach nicht sehen, wo das Feuer ist. Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst die Ladungen reinwerfen. Wie ist die denn da? 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 Spaceman, Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport Einen Moment Schön durchhalten Alles wird gut Wir bringen dich heim Alter Und an dieser Stelle geht's beim nächsten Mal weiter Dankeschön fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge Call of Duty Okay Untertitelung des ZDF, 2020